Was immer du getan hast, ich weiß, in dir steckt Gutes. Wer bin ich? Du bist ein Geschenk. Ich weiß, dass es in letzter Zeit schwierig für dich war, dass du dich anders fühlst als andere Kinder. Du bist anders. Nachdem dein Dad und ich geheiratet hatten, haben wir so lange gebetet, ein Baby zu bekommen. Eines Nachts hat jemand die Gebete erhört. Brandon? Du bist etwas Besonderes. Wir glauben, dass du aus einem bestimmten Grund hergekommen bist. Er war in der Scheune. Hat er es gefunden? Nein. Als wäre er davon angezogen worden. Er sieht zwar aus wie wir. Er ist nicht wie wir. Er ist oft mit dem, wie immer das zu sehen ist, Er ist nicht wie es wird, Der wird nicht nur ein Leben im Glauben. Aber er ist nichtjuste. Es ist nicht so schön. Und zwar ist es nicht so großartig. Aber er ist schüttletzt nicht nur ein? Mom, wer bin ich? Du bist dein Geschenk. Du bist aus einem bestimmten Grund hergekommen. Ich weiß, du fühlst dich anders als andere Kinder. Hält ihm hoch. Du bist anders. Was machst du da? Er hat noch nie geblutet. Noch nie in seinem Leben. Vielleicht stimmt was nicht mit Brandon. Ich stelle mich nie gegen unseren Sohn. Er ist nicht unser Sohn! Hey, wer macht mir hier Angst? Lass mich in Ruhe! Nein! 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 Was immer du auch getan hast, ich weiß, dass etwas Gutes in dir steckt. Corrie? Nein, 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 nein. Wir sind für Sicherheit. Wir sind da. Was immer du getan hast, ich weiß, dass Gutes in dir steckt. Ich brauche dringend Verstärkung! Und zwar sofort! Ich brauche dringend Verstärkung. Ich brauche dringend Verstärkung. Ich brauche dringend Verstärkung. Nein, nein, nein! Halt! Tori! Kommen Sie zu mir, Tori! Nein, 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 ich bin sicher! Sie sind in Sicherheit! Ich will Gutes tun, Mom. Wirklich.